Eine Umfrage zum Freizeitverhalten von Jugendlichen wird zurzeit in Hoyerswerda durchgeführt. Künftige Erzieher der Medizinal-Fachschule und das Jugendclubhaus Ossi wollen so herausfinden, ob man vielleicht noch einige spezifische Angebote schaffen sollte. Wir haben uns zu diesem Thema einmal im Lessing-Gymnasium umgehört. Ich lese gern, fahre Fahrrad, treffe mich mit Freunden, am liebsten draußen. Ich komme darauf an, wie das Wetter ist. Ich komme erst aus weißig und was ich am liebsten mache, ich beschäftige mich mit meinen Hunden. Ich so Handy zocken oder mich mit Freunden treffen. Ab und zu gehe ich auch gerne schwimmen und dann spiele ich auch Bowling. Tanzen, ich tanze gerne Hip-Hop. Und ich spiele meistens am Computer. Okay, danke schön. Du hab mir aber auch Sachen. Ja, das stimmt. Die Zeit fahre ich gerne Wakeboard, das ist wie Snowboard im Wasser. Das ist eine Gitarre in der Musikschule und geht schwimmen. Ich mache am liebsten Sport in einem Verein. Also ich gehe sehr viel reiten mit meinem Pferd. Ich spiele gern Klavier und treffe mich mit Freunden. Ich mache in meiner Freizeit meistens Hip-Hop oder mit meinem kleinen Bruder spielen. Ich betreibe Sport. Also ich gehe reiten und das in Partwitz. Fußball spielen auf dem Platz, also auf dem Fußballplatz mit meinen Freunden. Ja, auf dem Scholzplatz oder hier. Also wir haben ja in Heuswetter hier schöne freie Stellen, wo man Fußball spielen kann. Ja, dann macht es auch richtig Spaß, wenn wir dann mal zusammen. Ich gehe gern raus und treffe mich mit Freunden und mache Musik. Ja, also in meiner Freizeit gehe ich in die Musikschule oder treffe mich auch mit Freunden. Also ich spiele gerne Fußball im Verein in Boxberg und spiele auch Raccoon manchmal. Ja, und eben am Handy. Und du? Ja, ich gucke auch gerne YouTube-Videos. Ich jogge auch ganz gerne mal am Abend. Und springe auch gerne Trampolin. Ja, lesen, Handy spielen, Trampolin springen. Spieler Handball in der Jansporthalle, also jetzt VBHA Arena. In meiner Freizeit, also ich gehe gern ins Kino im Prinzip. Was mache ich noch? Ja, ich treffe mich mit Kumpels, labere ein bisschen, gucke Filme, Serien und sowas. Und ich gehe schwimmen, ja. Also ich spiele Volleyball im Foucault. Und was machst du? Ich gehe Toren im Joannium. Ja, ich gehe ins Fitnessstudio und dann spiele ich noch Keyboard. Also ich mache am liebsten Sport in meiner Freizeit und zwar zu Hause. Ich gehe gern zum Schwimmen und springe auf meinem Trampolin. Musik machen und schwimmen, Trampolinspringen. Musik machen und Sport. Ich singe sehr gerne und ich bin gerne bei der Jungschaft. Ich bin Sportler, also dann mache ich noch ein bisschen Sport nebenbei. Ich habe früher mal Handball gemacht, aber ja. Und dann lese ich gerne, fahre Fahrrad und so weiter. Ja, meistens draußen sein, in meinem Garten, ja. Also ich gehe gern tanzen, das mache ich in Forst, also in Brandenburg. Und das mache ich jeden Montag und jeden Mittwoch. Am liebsten, ja, also ich spiele leidenschaftlich Konsole, aber ich gehe auch öfters mal raus, ja. In der Musikschule, Instrumentes spielen. Ich fahre Longboarden und das, ganz heuer Sferde eigentlich. Übrigens, die Ergebnisse der Umfrage sollen nach der Auswertung in einer Kleinbroschüre veröffentlicht und allen Partnern in der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden. Musik